Was hast du am Wochenende gemacht? Am Samstagvormittag habe ich erst einmal lange geschlafen. Nach dem Frühstück habe ich mein Zimmer aufgeräumt und Hausaufgaben gemacht. Ich habe die neuen Deutschvokabeln in mein Heft geschrieben. Am Samstagvormittag Schlafen, ich habe geschlafen. Ich habe lange geschlafen. Aufräumen, ich habe aufgeräumt. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Schreiben, ich habe geschrieben. Ich habe die Vokabeln in mein Heft geschrieben. Schlafen, ich habe geschlafen. Geschlafen, ich habe geschlafen. Aufräumen, aufgeräumt. Ich habe aufgeräumt. Aufräumen, aufgeräumt. Ich habe aufgeräumt. Ich habe geschrieben. Ich habe geschrieben. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Samstagvormittag habe ich erst einmal lange geschlafen. Nach dem Frühstück habe ich mein Zimmer aufgeräumt und Hausaufgaben gemacht. Ich habe die neuen Deutschvokabeln aufgeschrieben. Dann habe ich mich mit Freunden getroffen. Wir haben ein bisschen gespielt, viel gelacht und dann waren plötzlich meine Sachen weg. Wir haben sie überall gesucht und zum Glück auch wiedergefunden. Ich bin bis abends mit ihnen unterwegs gewesen. Am Samstagnachmittag. Treffen, getroffen. Ich habe mich mit meinen Freunden getroffen. Spielen, gespielt. Wir haben ein bisschen gespielt. Lachen, gelacht. Wir haben viel gelacht. Suchen, gesucht. Wir haben überall gesucht. Finden, gefunden. Wir haben sie gefunden. Sein, gewesen. Ich bin bis abends unterwegs gewesen. Ich bin bis abends unterwegs gewesen. Treffen, getroffen. Ich habe sie getroffen. Ich habe sie getroffen. Spielen, gespielt. Wir haben gespielt. Wir haben gespielt. Lachen, gelacht. Wir haben gespielt. Suchen, gesucht. Suchen, gesucht. Ich habe es gesucht. Finden, gefunden. Finden, gefunden. Finden, gefunden. Wir haben sie gefunden. Sein, gewesen. Sein, gewesen. Ich bin dort gewesen. Was hast du am Wochenende gemacht? Am Samstagvormittag habe ich erst einmal lange geschlafen. Nach dem Frühstück habe ich mein Zimmer aufgeräumt und Hausaufgaben gemacht. Ich habe die neuen Deutschvokabeln in mein Heft geschrieben. Dann habe ich mich mit Freunden getroffen. Wir haben ein bisschen gespielt, viel gelacht und dann waren plötzlich meine Sachen weg. Wir haben sie überall gesucht und zum Glück auch wieder gefunden. Ich bin bis zum Abend mit ihnen unterwegs gewesen. Ich bin bis zum Abend. Ich bin bis zum Abend. Ich bin bis zum Abend.